Und da werden sie natürlich angeführt vom Mannschaftskapitän Finn Lemke. Er hat seine Mitspieler nochmal alle hier hinter sich versammelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir waren auf und ab. Wir hatten sehr, sehr hohe Erwartungen an uns, auch zu Recht. Platz 5 ist das Minimalziel gewesen, haben wir erfüllt. Nächstes Jahr geht es Europa. Wir haben alle schon mächtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, die da vorne stehen. Und ja, ich glaube, alle freuen sich auf Europa. Wir haben es geschafft. Wir werden das heute gebürtig feiern. Aber nicht nur das, sondern wir haben heute auch drei Spieler, die verabschiedet werden, die gleich kommen werden. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr die gleich auch nochmal genauso unterstützt, wie wir, damit sie euch genauso wie wir sie gut in Erinnerung behalten. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß, das geht nächstes Jahr nochmal genauso weiter. Und dann schaffen wir vielleicht noch ein paar Plätze mehr nach vorne. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch, genauso wie ich allen aus meiner Mannschaft, einen schönen Urlaub wünsche. Genießt die Zeit. Ich freue mich aber schon auf die nächste Saison. Bis bald. Dankeschön für den Lemke.